naruto1986 herzlich willkommen zu assassin's creed mirage part 65 was ist ich habe mir hier wieder mit drei voll super besser kann gesehen was ich gemacht habe genau den mist habe ich gerade gemeint gab wegen dem scheiß weil er dann ist dran gestanden ist ich drücken dann auf einmal schlägt er zu mit seinem dreckigen schwert hauptmann ist da unten ich muss den feuer machen so nicht jetzt alter ok wenn er meint dass er hier spielen mit mir muss sehr gut er kurz nach oben aber irgendwie feuer fässer oder irgendwas mit feuer ja klar wenn du meinst los passen runter mit dir das perfekt äh da drüben ist er wenn er nämlich herkommt kann ich gerade mitten auf das ding hier von oben ziehen und wenn er dann mit dem was ich da gerade habe so ach da hinten ist so ein feuer fässer sehr schön der hauptmann ist da hinten ok was schon wieder man dann schneller ja ich rufe der untersteu jemand weiter so uuuhuuuuuuuuh uuuhuuuuuuuuh du bist dir hartanen Pfeil uuuhuuuuh uuuhh uuuhuuh wirst du mich verarschen uuuhuuh uuuhuh uuuhuh Tja! Mann! Du jung dein... Hau ab, Junge! Ja! Renn doch auch, Alter! Du doof! Schrei nicht rum, Alter! Ja! Alter! Verdammt! Du nicht! Ich will sehen! 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 Lass uns den Kaliefen sein Kopf weg, Brüder! Ich will sehen! Ja! Ich hab doch keinen richtigen Überblick bei dem Scheiß hier! Hä? Nicht näher! Du wurdest fast nicht gut getroffen! Du kannst mich mal, Junge! Ich will sehen! 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 Dann müssen wir sehen! Ja! Dann müssen wir sehen! Mhm! Das ist der Arzt. Augenblick! Schlute! Ich habe eine Rüstung an. Das ist für die blitzschnelle Ding, du Hund. Ich muss hier wieder alles mitnehmen, hier wieder alles neu, toll. Ich kann die ganze Ausrüstung wieder alles mitnehmen, super ey. Egal. Ich muss hier wieder trinken, Hauptmann da hinten. Nein! Ich kann es eingemachen! Warum? Warum? Danke für das Dritte, dass ich da mal eine Medizin habe, Alter. Boah, mein Gott. Teilweise habe ich jetzt wenigstens meine Medizin gekriegt, Tüter. So, den Typ erstmal mit dem Teil erschlagen, das ist sehr gut. Erstmal die ganzen Leute hier loswerden. So, jetzt schnappe ich mir den da von hinten. Ich brauche das Christen gar nicht finden. Ich habe ihn doch schon. Der ist da drüben. Ja, krass, du mal runtergehen. Ich schwöre, ey, Alter. Ey, Alter. Also, nun bist du. Du machst schon noch viel. Als Hauptmann kann man anscheinend trinken, wann immer man will. Oh, was? Die nicht schnarchen hören, wenn er seinen Rausch ausschläft. Ja, was machst du denn? Du, geh doch da raus. Was hüpfst denn du da schon wieder hoch rum? Ja, dann machst du immer mit einem Plötzen, was du machst. Dann brauchen wir es nicht wollen, wenn du mal, wenn ich wegen dir die Aufgaben verhaue, wenn du solche Scheiße machst. Hm. Okay, der Hauptmann ist nicht wieder dabei. Das ist schon mal sehr gut. Dann ist der Hauptmann schon mal keine Probleme damit, dass er mich nicht findet. Das ist sehr schön, finde ich gut. So. Ich warte erstmal, bis sie sich beruhigt hat, die ganze Mist hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Meine Güte, ey. Ich beende jetzt hier ein paar Bisschen. Ich beende, aber ein paar Bisschen.